Ich gehe. Wart fort mit euch. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich alles resettet, äh, gemacht habe. Also ja, ich wollte gerade sagen, dass ich wahrscheinlich mal das Gebiet resetten muss, indem ich es verlasse und wieder betrete, dass es das vielleicht hilft. Ja, allerdings trotzdem sehr ärgerlich. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Das war's für heute. 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 Nein. Das war's für heute. 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 Okay. Hier wird's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sieht's für heute. Das war's 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 für heute. Was passiert, wenn wir jetzt wieder herein gehen? schon mal unser gesamtes lager weg nun habt ihr naja hier sollten die wächter sein die haben wir alle bezwungen also den hier den hier oben ok hier war keiner soweit ich weiß hier war allerdings einer hier war einer und in der gegend war einer ja aber kein zorn der elemente der erde krager immer noch wütend ich immer noch verwirrt ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020